Bei Pierre Maldieu wird ein authentischer Rhone-Stil verfolgt. Das heißt, es werden alle Qualitäten nur im Edelstahl, Zement oder im großen Holzfass ausgebaut. Auch bei der Grand Reserve wurden die Rebsorten Syrah und Grenache im Edelstahltank vergoren. Dadurch kommen keine Fremdaromen in den Wein und das Ergebnis ist dann ein wunderbar mineralischer und würziger Rotwein mit einer unverfälscht schönen Frucht.